Ja, hallo Leute, heute mit dem Review von dem MP3-Hoodie von Yomoi. Ja, wie ihr seht, ist dieser Hoodie komplett in diesem Sweatshirt-Design gehalten, also hier oben mit dieser Kapuze und auch dem grauen Stoff und hier an der Seite mit dem kleinen Label. Von innen ist das Material sehr weich, schon fast watteartig, so dass euer Gerät sehr gut vor kleineren Stößen und Kratzern geschützt ist. Ich tue jetzt hier zum Beispiel mein iPhone rein, wie ihr seht, geht das ganz einfach, einfach hier oben ein bisschen auseinanderziehen und dann geht das ziemlich gut rein. Das sieht dann auch recht gut aus, wenn das drin ist und ist wie gesagt dann auch optimal geschützt. Es geht natürlich nicht nur mit dem iPhone, sondern zum Beispiel auch mit dem iPod Touch oder auch mit dem iPod Classic. Ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen von diesem Review. Der Hoodie kostet 10,90 Euro, der Link zum Store ist in der Beschreibung. Ja, diesen Hoodie könnt ihr bei mir gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur ein Abonnent sein und einen Kommentar mit Giveaway- und eurem Kommentar schreiben und das Giveaway endet dann am 11.9. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht und ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.